Hier ist ein kleiner Psychotest für dich. Was würdest du sagen, zu wie viel Prozent bestimmt deine Vergangenheit dein heutiges Leben? Zu 0 Prozent, zu 25 Prozent, zu 50 Prozent, 75 Prozent oder zu 100 Prozent? Und die korrekte Antwort lautet, es kommt drauf an. Das hängt von dir ab. Das ist eine Fangfrage, denn je stärker du an die Macht deiner Vergangenheit glaubst, desto stärker wirst du dich auch als Opfer dieser Vergangenheit sehen und dann nicht vorwärts kommen. Und umgekehrt natürlich genauso. Und ja, natürlich hat die Vergangenheit Einfluss und es gibt auch heftige Sachen, gar keine Frage, aber es gibt zum Beispiel auch Zwillinge mit einer heftigen Vergangenheit und der eine wird erfolgreich, während der andere abstürzt. Deshalb überleg dir sehr, sehr gut, wie viel Macht du deiner Vergangenheit über dich geben willst. Du bist unter keinerlei Verpflichtung, in den nächsten zehn Minuten genau der gleiche zu sein, wie in den letzten zehn Minuten oder den letzten 30 Jahren.